Ja, diese heutige wissenschaftliche Tagesschau hat ein buntes Programm. Es geht eben auch darum, was dürfen alles Kriminelle im Internet ungestraft tun und so weiter. Aber erst mal beginnen wir mit einer positiven Empfehlung. Also, wo ist es? Wo finde ich das jetzt auf die Stelle? Hier, ich habe gerade zwei Telefonate geführt mit, ja, das könnt ihr jetzt gar nicht richtig sehen, Institut für Sozioökonomie der Universität Duisberg-Essen. Da habe ich mit dem Professor, dem geschäftsführenden Professor und der Geschäftsführerin zwei Telefonate geführt. Ja, das geht in die richtige Richtung. Da arbeite ich ja auch Professor Truger von den Wirtschaftsweisen, den wir ja auch schon teilweise gelobt haben. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich da eine Zusammenarbeit, immer mehr Gespräche, man hat sehr positiv reagiert und vielleicht ergibt sich, geben sich gemeinsame Talkshows. Also, Empfehlung hier, könnte man es vielleicht ein bisschen lesen. Also, Sozioökonomie, Universität, leider könnt ihr das oben nicht lesen, Universität Duisberg-Essen, Institut für Sozioökonomie, Fakultät der Gesellschaftswissenschaften, MA, Sozioökonomie, das könnt ihr wohl lesen. Ja, also das war jetzt eine Empfehlung, ja, positiv. So, und dann kümmern wir uns mal, also Wikipedia, fangen wir doch an mit Wikipedia. Es fing auch an, die ersten Beleidigungen, Diffamierungen kamen von Wikipedia. Also, so, dass man sagen muss, Wikipedia lockt offensichtlich die Menschen an mit teilweise durchaus teilrealistischen Artikeln, also die in vielen Bereichen wohl einigermaßen realistisch sind, Schluckwasser. Um dann aber ihre linksextremistische, verfassungsfeindliche, linkskriminelle, eigentliche Agenda durchdrücken zu können. Denn alles, was sozusagen ihnen irgendwie nicht in ihr linkskriminelles, linksradikales, verfassungsfeindliches Konzept passt, wird dann beleidigt und diffamiert, da werden falsche Verdächtigungen und so weiter. Also, das wird alles zugelassen. Wir diskutieren ja jetzt auch gerade bei Facebook, was darf ein, dürfen sozusagen, was dürfen ungestraft Kriminelle im Internet so alles loslassen, sozusagen. Und wie weit haften auch die dafür? Also, meine Idee wäre, dass es nicht gut ist, Facebook dafür haften zu lassen, sondern machen wir es doch alles viel einfacher. Es müsste eben so sein, also die Reform, also die, bei den Next Scientists for Future käme es ja dazu, dass also sozusagen hier jeder Polizist belohnt wird quasi, anhand der Sicherheitsstimmen der Bürger in dem Distrikt, für den sein Team zuständig ist. Genauso die Staatsanwälte und Richter erfahren also Belohnungen und jede Form der Belohnung, sozusagen, sagen, wenn wir Bürger uns sicherer gefühlt fühlen vor Straftaten, wenn wir weniger belästigt werden durch Straftäter, auch im Internet und so weiter. Und dadurch, durch diese Belohnung, also sozusagen, würde ich dann einfach bei einer zentralen Deutschlandnummer anrufen, dann würde innerhalb von wenigen Sekunden ein Polizist rangehen, dann würde ich ihm im Internet dahin hinlenken, wo die verbale Straftat stattgefunden hat, Beleidigung, Verleumdung, falsche Verdächtigungen und so weiter. Und dann würde der sofort alle Mittel in Wege, in Bewegung setzen, dass der Täter möglichst direkt gefasst wird, direkt vor Gericht kommt, direkt abgeurteilt wird und dann hätten wir ganz schnell, hätten wir keine einzige Beleidigung, keine einzige Verleumdung, keine falschen Verdächtigungen, keine verbalen Straftaten mehr im Internet, keine Hate Speech und so weiter, weil jeder genau wüsste, dass er sofort bestraft würde. Ja, damit hätten wir das Problem gelöst. Aber bis es soweit ist, müssen wir offensichtlich damit leben. Moment, ach ja, hier ist unser Tagesbild. Wir müssen damit leben. Ach, das bezieht sich übrigens ja auch so Climate Change und Corona. Das war ja die Hoffnung der Fridays for Future, dass wenn jetzt bei Corona die Politik sich so wissenschaftshörig und Pharmaindustrie und Medizin hörig verhält, dass sie das dann bei Klima auch tun würden. Aber sie vergessen dabei, dass die Sonnenenergieindustrie, die Windindustrie nicht vergleichbar mit der Machtfrage, bei der Machtfrage sind mit sozusagen der Pharmaindustrie und Medizinindustrie, die ja sogar eben der große Geldgeber der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ist, über die unzähligen Werbespots, ne, also, Schluck Wasser. Ja, das heißt also, diese Illusion ist ja sicherlich ein Irrtum da. Ja, dann schauen wir mal weiter. Also, wir waren dabei gewesen, Wikipedia, Also, sozusagen, für mich ist das eben eine linkskriminelle Sekte, die ein eigenes, ja, ein eigenes Lexikon betreibt, um die Menschen anzulocken und dann hinterrücks sozusagen ihre linkskriminelle verfassungsfeindliche Agenda und Manipulationsagenda sozusagen ausüben zu können. Und dabei gedulden sie sozusagen, sozusagen, sie können ja mal googeln, was Wikipedia, da sind immer noch die Beleidigungen irgendwo zu lesen, sozusagen, obwohl sie eigentlich uns zugesagt hatten, dass die versteckt würden, ja. Aber irgendwo sind diese Beleidigungen immer noch zu lesen. Also, alles, was Linksextremisten nicht in den Kram passt, Linkskriminellen nicht in den Kram passt, da duldet man dann jede Form der Straftaten, verbalen Straftaten, wie Beleidigungen, Diffamierungen, falschen Verdächtigungen und so weiter, ja. Und dann hier, wer es sicherlich nicht sehr böse gemeint hat, hier ist Jean Pütz, denn der ist ja an sich gar nicht so unvernünftig sonst, ja. Sie können das Bild leider jetzt schlecht sehen. Ich hätte vielleicht doch alles ein bisschen größer machen müssen heute. Aber da steht also Jean Pütz, Wissenschaftsjournalist, man kennt ihn ja aus dem WDR. Und dann hat er einen Artikel über die Next Scientists for Future und den Weltrat der Weisen gebracht. Und dann schreibt er so etwas wie, eine Satire, wer glaubt dran, bekommt Greta Thunberg den Friedensnobelpreis. So verrückt ist mittlerweile unsere Medienlandschaft. Also sozusagen, das ist so wahrscheinlich gar nicht so böse gemeint, aber es ist ja trotzdem eine indirekte Beleidigung und Diffamierung. Ja, aber wie gesagt, jeder kann im Internet Straftaten begehen, so viel er will. Das ist also sozusagen, wir leben in einem rechtsfreien Raum, ja. Denn hier geht es ja um das sachliche Angebot an Fridays for Future, an deren einzige Chance, nämlich den Kohlestopp 26 bekommen zu können. Und das geht eben nur durch eine Kooperation mit Fridays, mit nextscientistsforfuture.de. Gut, also Jean Pütz, der hat es bestimmt nicht so böse gemeint, aber trotzdem ist das, also eigentlich müsste es bestraft werden in einem richtigen Rechtsstaat. Dann haben wir hier zum Beispiel die unabhängige Partei, die sich also da sozusagen mit illegalen Handlungen hervorgetan hat, die also massivst hier auf ihrer Seite, wo ist es hier, da zum Beispiel, erstens haben sie sich wahrscheinlich strafbar gemacht, denn man darf jeder Versuch, ein Telefonat, ein privates Telefonat, also der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, ist an sich schon strafbar in Deutschland, egal in welcher Form. Hier ist es ein Gedächtnisprotokoll, das angereichert wurde mit völlig haltlosen Beleidigungen, Verunglimpfungen, Diffamierung, sogar falsche Verdächtigungen. Da wird also dem Weltrat und den next scientists for future sozusagen werden Betrug unterstellt und alles Mögliche. Also da sieht man also, diese Partei scheint durch und durch kriminell zu sein, ja, also unabhängige Partei und hier Freipartei, der Mitgliederblock für die unabhängige Partei. Schaut euch das an, wie, was Kriminelle alles so im Internet tun dürfen, ungestraft, ne. Dann haben wir hier zum Beispiel das Prostatak-Diskussionsvormat, ach so, kann man auch wieder schlecht lesen, weil, gut, sozusagen, aber ich lese es euch ja vor, Prostatakrebs-Diskussionsvorm, kann man ja googeln, ja. Da hatte irgendjemand so Welt ohne Prostatakrebs durch Reformen des neuen Weltrats der Weisen. Da zeigt sich das, was man übrigens überall in diesen verrückten Foren findet, dass die Leute regelrecht an ihrer Krankheit hängen. Das kommt wahrscheinlich daher, dass wenn ein Verwandter sozusagen gestorben ist an einer bestimmten Krebserkrankung, dass man dann lieber das Weltbild haben will, es bestand auch keine andere Chance, dass die Medizinindustrie diesen Menschen zu Tode operiert hat und umgebracht hat und so weiter, also durch Irrtümer, durch medizinische Irrtümer, durch gewinnbringende Irrtümer, das darf nicht sein, weil dann könnte ja mein Verwandter noch leben, wenn ich es nicht so gutgläubig gewesen wäre und deswegen wird dann alles beleidigt, diffamiert und verunglimpft, was eben sagt, ja hoppla, durch die 20 Reformen des Weltrates der Weisen hätten wir das Problem gelöst. Ja, ganz kurzer Hinweis hier, wo ist es? Ja, im jetzigen Markt und Arbeitsteilungssystem haben wir also sozusagen das Phänomen, dass der Arzt, der die Wahrheit sagt, also sagt, Leute, wenn ihr Prostatakrebs loswerden wollt, müsst ihr nur naturbelassen leben und euch naturbelassen ernähren, naturbelassen Sport treiben, weniger Salz und so weiter und dann macht der Körper das alleine und kriegt das auch von alleine wieder hin und hier, dann kommt der Arzt, der Früharzt, der sich irrt und sagt, nein, Prostatakrebs, da müssen wir euch sofort operieren, Chemotherapie, Bestrahlung, was auch immer unsere Giftküche so bereithält und nur so könnt ihr das überleben und dabei sterben, aber wie sagte Dr. Rüdiger Dahlke, letztens 98% aller krebsbehandelten Personen sind ein paar Jahre später tot, Mause tot. Das heißt, wir haben es hier mit der Evolution der gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümer zu tun, sodass unter Bedingungen des Marktes sich immer gewinnbringende Irrtümer auf Kosten der Bevölkerung ausbreiten und das bedeutet lauter, massenhaft Tote durch die Medizinindustrie und durch die pharmazeutische Industrie. Aber das habe ich ja schon tausendmal hier begründet und aufgezeigt. Ich verweise auf die anderen 530 Internetsendungen. Dann, was haben wir hier denn noch? Ja, was haben wir denn noch Schönes im Angebot? Also das war das Forum Beleidigungen im Prostatakrebs-Diskussionsforum. Das kann ich dann ja mal wegmachen hier. Dann haben wir hier zum Beispiel, da muss ich euch auch wieder vorlesen, quanten.de, Diskussionsforum. Ja, da wird auch wieder auf Teufel komm raus beleidigt, diffamiert, falsche Verdächtigung und so weiter. Ja, weil eben sozusagen jeder Größenwahnsinnige, der irgendwo ein Forum betreibt, kann dann eben alles andere beleidigen, was tausendmal kompetenter ist, als was er jemals sein wird oder so. Ja, und dann hier sogar im Tischtennis-Newsforum, da hat irgendjemand darüber gesprochen, dass wir eben neue Gesundheitssportarten brauchen, um die Bevölkerung gesünder zu halten. Das Ding heißt also TT-News, Tischtennisforum, TT-News. Und da wird dann eben auch munter drauf losbeleidigt, dass wir eben, wo es dargestellt wurde, dass wir die Sportart Tischtennis zu einer Gesundheits-Volks-Sportart umwandeln müssen. Einsatz mit rechts, Einsatz mit links, also mit Handwechsel, damit sie körperlich ausgeglichener ist. Und dass wir bestimmte, diesen Sport beschädigende Techniken untersagen müssen und so weiter, dass wir also sozusagen eine gesunde, und ich glaube, das war zu finden. Wo ist es zu finden? Ich glaube, über Marktplatz, wenn ich mich nicht recht irre, dann müsste hier irgendwas sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwo noch, ja, müsste man gucken. Ja, also auf jeden Fall, na, ich habe es erwähnt, also auf jeden Fall ist das irgendwo, sozusagen, wahrscheinlich, wenn man mal unter Weltrat der Weisen googelt, findet man eben auch dieses Beleidigungsforum. Ja, wo, ja, ich war gerade dabei, sozusagen, habe nochmal das Forum schnell zwischendurch gesucht hier, also unterliegen und so weiter, neuer Weltverband, ja, Tischtennis, neuer Weltverband, weil wir ja neue Gesundheitssportarten für ein gesünderes Deutschland und Europa brauchen und so weiter. Ja, und da wird eben, werden Beleidigungen aller Art geduldet und so weiter, Diffamierung, Verleumdung und so weiter. Ja, wie das halt so ist, das ganze Internet voll von Kriminellen. Sigmund Freud hat mal gesagt, dort, wo kein Licht hinkommt in der Stadt, da sammelt sich das gesamte dunkle Gesindel der Stadt sozusagen, das ganze Verbrechergesindel und leider ist das Internet eben leider noch ein dunkler, rechtsfreier Raum, in dem keine wirkliche, ach so, hier, dann, so, dann wollte ich, jetzt stimmt hier was nicht, Moment, ah ja, dann hier zum Beispiel, Extinction Rebellion, da wird auf Teufel komm raus, beleidigt, diffamiert, falsche Verdächtigungen, Unterstellungen von vorne bis hinten, schaut euch das an, ich glaube, das ist hier in dem, wie heißt es, Unterforum hier, Augenblick, da muss ich mal gucken, wie das hier heißt, ach so, da oben steht es ja, ich lese es euch vor, offener Brief an Öff Öff, Offener Brief an Öff Öff und Öff Öff, das wird da oben geschrieben, unter der Rubrik Allgemeiner Austausch, Reflexion und Kritisches hin, und da steht offener Brief an Öff Öff, also Ö2F, Leerzeichen Ö2F, Leerzeichen, ja, das ist der Titel, naja gut, da findet man, aber ich würde ja, was kann man auch von Extinction Rebellion, anderes erwarten, die nehmen es ja mit der Einhaltung unserer Gesetze, sowieso nicht genau, sie sprechen dann von irgendwie zivilem Ungehorsam, und faktisch ist aber gemeint, sind Straftaten, die unsere Bürger schädigen, Verkehrsblockaden, die andere Menschen schädigen, und so weiter, mit denen sie sozusagen, in antidemokratischer und verfassungswidriger Weise, mit Straftaten ihre Vorstellungen durchsetzen wollen, ja, und so weiter, ja gut, also da haben wir es sozusagen, jetzt gucke ich mal nach, was gibt es denn da noch an alles, an kriminellen Sachen hier, Quanten.de hatte ich gezeigt, ja, nö, das war es, glaube ich, was ich jetzt mal so, wenn man also nach Weltrat der Weisen, oder Next Scientist for Future, ach so, die Scientist for Future, habe ich noch gar nicht erwähnt, ja, da ist es auch so, das könnt ihr euch ja auch mal anschauen, wenn ihr nach Weltrat der Weisen googelt, dann findet ihr auch die Beleidigung, wobei das nicht von den Scientist for Future kommt, sondern allein verantwortlich für, für diese Beleidigung ist der Dr. Gregor Hagedorn, der also sozusagen in der Wahnvorstellung lebt, wo ist es im Augenblick, in der Wahnvorstellung lebt, die Bezeichnung for Future sei sein Privateigentum, ja, und sozusagen, niemand dürfe sich, also sozusagen, Next Scientist for Future, oder Second Scientist for Future, oder Zweite oder Dritte oder Dritte, Vierte, Fünfte, Sechste, Siebte, Achte, Zehnte, Scientist for Future nennen, weil sie sozusagen, ja, die Größten sind und so weiter, also das ist, schaut euch die Beleidigung und die diffamierende Darstellung und die verunglümpfende Darstellung an, da äußert wieder ein Pseudowissenschaftler, der von nix eine Ahnung hat, sozusagen, diffamiert und würdigt sozusagen die kompetenten naturwissenschaftlichen Denker herab, die quasi das, die alle Weltprobleme wissenschaftlich gelöst haben, aber nein, natürlich, Dr. Greger Hagedorn ist natürlich der Größte und kann beurteilen, was echte Wissenschaft ist, dabei ist er pseudowissenschaftlich da, sozusagen, ein ganz kleines Licht, ja, und wenn man sich nochmal erinnert, mit welcher Hysterie da zum Beispiel die Frau Professor, wie hieß sie damals, bei Maybrit Illner da rumgeschrien hat und gestragt hat, wir müssen, wir müssen, wir müssen, ja, die Frage ist, müssen wir wirklich die deutsche Volkswirtschaft ruinieren, um einen Alleingang zu riskieren, bei dem wir die gesamte deutsche Volkswirtschaft ruinieren, ja, müssen wir wirklich auf solche Professoren, ich glaube, es war Frau Professor Boetius oder so ähnlich, müssen wir wirklich auf solche pseudowissenschaftlichen Denker hören, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was sie mit ihren Forderungen, was das anrichten würde mit Deutschland und welche Zerstörung da kommen würde, ja, also wir haben ja den Fridays for Future hier angeboten, den Kohlestopp 2026, aber auch nur, weil die Next Scientists for Future halt wissen, dass sie ein Wirtschaftswunder erzeugen können, bevor sie das Wagnis eingehen, Teile dieses Wirtschaftswunders für eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz zu verwenden, aber dieses Gregor Hagedorn hat nicht die geringste Ahnung, wie er ein Wirtschaftswunder erzeugen soll, sondern er würde das aus der Substanz Deutschlands, aus der volkswirtschaftlichen Substanz, würde er quasi die Vorreiterrolle beim Klimaschutz finanzieren und damit die deutsche Volkswirtschaft ganz deutlich, wesentlich ruinieren, ja, zum Glück ist die Politik so vernünftig, dass sie in allen Dingen da auch einen Rückzieher gemacht hat, denn ohne unser Wirtschaftswunder ist das ein Wagnis, das möglicherweise die deutsche Volkswirtschaft nicht überlebt, ja, aber wie gesagt, ja, einfach drauf los beleidigen, also jeder, wer will noch mal, wer hat noch nicht, jeder darf mal kriminell sein im Internet, ne, und beleidigen, diffamieren, herabwürdigen, falsche Verdächtigungen und so weiter, ja, und wie gesagt, Gregor Hagedorn hat versucht, ein Monopol auf, auf sozusagen for future aufzustellen, dabei müsste sich, wenn es um eine seriöse Organisation wäre, müsste er ja sozusagen total begeistert darüber sein, dass es die third, fourth, also, also, dass es die vierten Scientists for Future gibt, die fünften, die sechsten, die siebten, achten, neunten, zehnten, ist doch schön, wenn, wenn also sozusagen wissenschaftliche Gruppierungen mit, mit unterschiedlichen Lösungsmodellen, sozusagen, Fridays for Future, und unterschiedliche Hilfsmodelle anbieten, ist doch toll, jeder vernünftige Mensch wird sich darüber freuen, aber nicht die Pseudowissenschaftler, na, das, die wollen die Größten sein, ohne, ohne irgendwas zu leisten und irgendwas zu können, ne, ja, ja, so ist das, ja, bin mal gespannt, ja, vielleicht kriegen wir ja auch, äh, eine Klage von der Gegenseite und dann würde das Ganze mal aufgerollt werden und dann würde deutlich werden, mit welchen Beleidigungen und Diffamierungen die jeweils andere Seite, äh, sozusagen begonnen hat, den Streit, ne, das wäre doch mal eine schöne Geschichte und das würde dann auch große Medienwirksamkeit entfalten und würde diese ganze Unseriosität all dieses Internetgeschehens aufdecken und aufzeigen. Ja, also so viel, glaube ich, wäre jetzt mal genug für jetzt, um nochmal so ein paar dieser Kriminellen mal genannt zu haben, dieser beleidiger, diffamierer, falsch verdächtiger und sonstiger verbalen Straftaten begehenden, haben wir jetzt mal genannt, jetzt geht's weiter mit den anderen Teilen der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Ja, nur so gerade am Rande kam, war eine Sache mir noch aufgefallen, da äußerte sich jemand, ach ja, wir sind ja aufgewachsen in einer Wohlstandsoase, uns ging's ja so gut in der Bundesrepublik Deutschland, das ist eine Illusion, also hier, unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung muss es also zwangsläufig immer, und das habe ich schon tausendmal in den anderen Sendungen aufgezeigt, immer die gewinnbringenden Irrtümer, die also uns Schaden anrichten, die breiten sich aus, unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung, erst wenn durch der Markt- und die Arbeitsteilung gelenkt wird dadurch, dass es Wohlfühlstimmen gibt, als neue Wahlstimme, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten, andere Steuerelemente wie Sicherheitsstimme und, 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 und viele andere Steuergrößen, Steuerelemente sozusagen. Dann wird quasi die Markt- und Arbeitsteilung erst überhaupt positiv werden bis jetzt, also ich würde sagen, aus wissenschaftlicher Sicht lebten wir nicht in einer Wohlstandsoase, sondern in einer total unglücklichen, lebenszerstörerischen Welt, die uns Alkoholkonsum, Drogenkonsum, Zigarettenkonsum, Süßigkeitenkonsum, Genussmittelkonsum aller Art als Ersatz für nicht gelebtes Leben lieferte. Wir haben lauter Krebskranke, Krebstote, Übergewichtige, Diabeteskranke und Tote. Wir sind, das ganze Deutschland ist ein Land des Elends und da reden die von Wohlstandsoase. Also wie gesagt, schaut euch die anderen hunderten von Sendungen an, da wird immer wieder geschildert in Detail, wie das aussieht. Ja, ich erwähne nur mal ganz kurz noch, ja, dieser Früharzt und Frühhändler der Evolution sagte noch die Wahrheit und sagte, toll, dass ihr alle so ein liebevolles Liebesleben habt und die Männer alles den Frauen und Kindern schenken und so weiter. Und dieser Früharzt und Frühhändler irrt sich, also hat wieder einen sich später als gewinnbringend, karrierefördernd und vorteilbringenden Irrtum sich herausstellenden sozusagen Irrtum hat er sozusagen und sagt, ach ist das eklig, all das Geschwuse, ist ja unkeusch, ist ja unmoralisch, hört auf damit, mit diesem ganzen Liebesleben und so weiter. Dadurch hat er uns also unsere Lebenslust und Lebensqualität geraubt durch solche verbalen Manipulationen. Dadurch wurden wir konsumsüchtig, haben ihm lauter Güter abgekauft sozusagen und er verbreitete sozusagen, kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter und überall wurde unser Glücksleben zerstört, damit wir konsumsüchtig werden. Ohne böse Absicht, das läuft einfach still und leise, denn jemand, der an einen gewinnbringenden Irrtum glaubt, hat keine bösen Absichten, sondern automatisch kommt es zur Ausbreitung dieser gewinnbringenden Irrtümer, die uns dann Gehirnwäschen verpassen und dadurch wird unsere Lebensqualität und Lebenslust zerstört, damit wir kauf- und konsumsüchtig werden und reisesüchtig und was auch immer konsumsüchtig werden. Und dabei zerstören wir natürlich auch dann die ganze Welt, weil wir einen Überkonsum entfalten. Ja, Schluck Wasser. Dann interessante Internetsendungen mit dem Verdacht, aha, wird vielleicht in anderen Teilen der Welt, werden da sozusagen eventuell Todesspritzen gegeben an Corona-Infizierte, um dann diese angeblichen Corona-Leichen zu verkaufen. Man kann ja dann, ich denke dran, es gibt ja auch, in Indien wurde ja geredet von Nierenüberfällen, wo die Leute also umgebracht werden und dann ihre Nieren und Organe ausgeschlachtet werden und so weiter. Ja, vielleicht läuft das jetzt auch bei Corona angeblich da, wurde also da irgendwie spekuliert über Todesspritzen, um eben an die Organe zu kommen. Ja, das ist es ja eben. Irgendwelche, es gibt überall, natürlich ist das schon fast, das ist ja schon praktisch offen kriminell, aber irgendwo hat jeder dieser Leute wahrscheinlich irgendwie wieder einen gewinnbringenden Irrtum im Kopf, irgendeine Rechtfertigung, warum diese Todesspritze gerechtfertigt sei, weil ja das Leben der anderen, die mit den Organen weiterleben könnten, vielleicht viel wertvoller sei oder so. Es gibt immer für irgendwelche tödlichen Handlungen, gibt es immer irgendwelche gewinnbringenden Irrtümer, an die der jeweilige selber glaubt, warum er meint, dass es nicht böse sei, den Leuten jetzt eine Todesspritze zu geben. Und ja, denken wir dran, welche Rechtfertigung im Dritten Reich die ganzen Ärzte hatten, als sie die Leute gequält und gefoltert haben. Dafür hatten sie immer auch eine Rechtfertigung, also einen gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtum im Kopf. Ja, also Menschen handeln ganz selten böse, weil sie denken, sie seien schlechte Menschen und sie seien böse, sondern sie handeln aus diesen gewinnbringenden Irrtümern heraus, die ihnen selber vorgaukeln, es sei eine gute Tat, wenn sie in Wirklichkeit andere Menschen ermorden. Aber das ist eben, das ist diese Unbewusstheit der Abläufe unter Marktbedingungen. Ja, dann schauen wir mal weiter, was haben wir hier da noch Schönes? Ja, unser Tipp war ja heute, wie gesagt, das Institut für Sozioökonomie oder so ähnlich. Ja, dann habe angeblich jemand sich aktiv selbst infiziert mit Corona, um zu zeigen, dass es harmlos ist und er sei daran gestorben. Da hätte ich gern bitte die naturwissenschaftliche Beweisführung dafür. Ja, wer behauptet denn, dass er da an Corona gestorben sei? Die Medizinindustrie, die uns Impfungen verkaufen will. Also ich kann doch nicht denjenigen zum Zeugen machen, der wirtschaftlich daran profitiert, wenn er jetzt behauptet, dass dieser junge Mann oder irgendwas tatsächlich angeblich an Corona gestorben sei. Vielleicht ist er an was ganz anderen gestorben und so weiter. Also das heißt also, als Naturwissenschaftler dürfen wir doch solche Dinge niemals glauben, ohne dass sie echt untersucht worden sind. Aber die Journalisten gehen natürlich so vor, dass sie das einfach eins zu eins übernehmen. So nach dem Motto, wenn ein Arzt den Mund aufmacht, ist es ganz egal, welche wirtschaftlichen Interessen er hat. Er hat immer recht. Er ist ein Gott in Weiß, ein Vollgott in Weiß und dem glaube ich jedes Wort. Ja, zum Beispiel die Frage, wer hat denn obduziert? Haben Ärzte obduziert, die wieder gewisse Interessen haben oder haben Biologen obduziert? Haben vielleicht Biologen obduziert, die völlig frei von finanziellen Interessen in dem Spiel sind. Also das sind doch die entscheidenden Fragen. Ja, also völlig unbewiesene Dinge werden als Wahrheit gebracht. Und dann gab es wieder eine Sendung mit Dr. Wolfgang Wodag und beim fehlenden Part von RT Deutsch. Ja, und überall wird geredet von Neuerkrankungen. Letztens habe ich es wieder gehört, in Wirklichkeit ging es, ich glaube es war die Tagesschau oder die Heute-Sendung, Es ging eindeutig, es ging eindeutig um nichts anderes als Infizierte. Und da wurde erredet von Neuerkrankungen. So ganz offen wird die Unwahrheit gesagt. Es fällt wahrscheinlich noch nicht mal mehr auf, wie sehr man sich da irrt und wie man damit eigentlich die Bevölkerung völlig in die Irre führt. Ja, wobei Dr. Wolfgang Wodag auch zu harte Worte wählt. Er spricht von betrügt. Nein, das ist zu hart, Herr Dr. Wolfgang Wodag. Es läuft eben so, die Leute glauben ihre gewinnbringenden Irrtümer. Dr. Wodag, Sie sind ein Ausnahmearzt, der sich von vielen der gewinnbringenden Irrtümer Ihrer Zunft, haben Sie sich frei gemacht, aber Ihre Kollegen, die glauben, der Mainstream der Kollegen ist so voll mit seinen gewinnbringenden Irrtümern, dass die wirklich glauben, was die sagen. Das ist kein aktiver, bewusster Betrug. Also Trosten und Lauterbach betrügen nichts, sondern sie irren sich nur und geben halt einfach nur ihre gewinnbringenden Irrtümer, die sie im Kopf haben, weiter, diese Viren des Geistes. So, dann haben wir hier, Wodag spricht aber zu Recht natürlich von der institutionellen Korruption der Wissenschaft. Natürlich ist Wissenschaft überwiegend Pseudowissenschaft, natürlich ist Wissenschaft mit Geldern verfilzt, aber es ist eigentlich keine Korruption, weil dazu müssten die Leute ja wissen, aktiv wissen, dass sie betrügen. Nein, sie irren sich einfach. Auch in der Wissenschaft kann ich ja glauben, dass ich eine gute Studie durchführe. In Wirklichkeit bestätige ich nur das, was der Geldgeber gerne gehört hätte und gehört hat, gehören möchte. Also Wissenschaft ist natürlich mit der Wirtschaft verfilzt, deswegen reden wir ja auch ständig von Pseudowissenschaft statt Wissenschaft und sagen ja, dass wir mit den Next Scientists for Future wenigstens eine wirklich echte wissenschaftliche Instanz in der Welt haben. Ja, sozusagen natürlich ist Wissenschaft käuflich, aber das sind wahrscheinlich eher unbewusste Prozesse. Ja, das sind nicht bewusste Prozesse. Irgendein Forscher, der irgendwelche Irrtümer im Kopf hat, kriegt halt Gelder von einer bestimmten Industrie und es ist natürlich wahrscheinlich, wenn er bestimmte Wissenschaftsirrtümer im Kopf hat, ist es ja wahrscheinlich, dass er ein Ergebnis produziert in seiner Forschung, das dem Geldgeber angenehm ist, sozusagen. Ja, und Wodak spricht auch davon, dass natürlich die Wissenschaft dem Gemeinwohl dienen sollte, statt eben, dass es sich um gekaufte Pseudowissenschaft handelt. Ja, aber wie gesagt, bitte keine Schuldvorwürfe. Das sind unbewusste, nichtbewusste, gewinnbringende Irrtümer, karrierefördernde Irrtümer. Die ganze Medizinindustrie hat natürlich Fehl, die ganze Wissenschaft hat ja überall Fehl an Reize, sozusagen. Also, wo die Wahrheit selbstverständlich auf der Strecke bleibt. Ja, und dann insgesamt nochmal der Kernsatz, die Sekten der Inkompetenten bleiben unter sich. Also, diesen ganzen verschiedenen Richtungen, den ganzen NGOs und diesen ganzen unseriösen Organisationen geht es letztendlich immer nur darum, weitere Sektenopfer zu finden für ihre falschen Heilslehren. Ja, da war ich mir auch zum Beispiel mit dem einen Professor einig, bei der Sozioökonomie, dass Christian Felbers gemeinwohlökonomische Sekte wahrscheinlich die deutsche und europäische Wirtschaft total ruinieren würde, wenn sie eins zu eins umgesetzt würde. Wenn alles umgesetzt würde, was Christian Felber so denkt, dann hätten wir wahrscheinlich ein total zerstörtes Deutschland und ein total zerstörtes Europa. Aber das bedeutet nicht, dass eben nicht doch sozusagen die Grundlinie, dass man eine gemeinwohlorientiertere Wirtschaft braucht, ist ja nicht grundsätzlich falsch. Nur alle technischen Umsetzungsaspekte sind grundfalsch. Ja, und dann, ja, dann, das hatte ich aber schon genannt mit dieser, mit diesen Parteien. Ja, das, ja, gut, das war's bis jetzt. Und jetzt kommt nur noch unser Abspann, unser üblicher Abspann. Wo ist es? Hier, ja, also die gefährlichen Irrtümer. Also hier, diese Seite ist ja gemischt. Das ist einerseits ein Kompliment, weil wir mit diesen Leuten gerne noch diskutieren würden, weil die Zahl ihrer Irrtümer nicht unerträglich groß ist. Und alles, was wir nicht in dieser Liste haben, haben wir entweder nicht drin, weil wir es für völlig bedeutungslos halten, oder weil es so voll Irrtümern ist, dass es wirklich nicht der Rede wert ist. Also ist diese Liste auch irgendwo nicht nur Kritik, sondern auch Kompliment, ne? So, das war's jetzt mal wieder. Tschüssi, bis bald.